Es wird definitiv Winter, wie jedes Jahr. Wollt ihr mit eurem Wohnmobil auch im Winter losziehen und freut euch auf Schnee und kalte Tage im Gebirge oder hoch im Norden? Oder wollt ihr einfach nur gerüstet sein, falls euch bei eurer Wintertour im Flachland einen Wintereinbruch überrascht? Und den kann es selbst in Spanien oder in Italien immer wieder mal geben. Hier zeige ich euch die 20 wichtigsten Dinge, die ihr in jedem Fall dabei haben oder vorbereiten solltet, damit euer Winterurlaub im Wohnmobil komfortabel, entspannt und auch sicher wird. Auch bei Eis und Schnee. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und denkt doch mal an Like und drückt den Abo-Knopf. Mit dem Womo in den Winterurlaub, ob für ein paar Tage in Hochschwarzwald oder ein großer Trip zum Nordkap. Hier geht es um die Dinge, die ihr im Winter zusätzlich dabei haben solltet. Ich habe das mal nach den Herausforderungen des Winters in Kapiteln sortiert. Die könnt ihr unten in der Videobeschreibung direkt anspringen. Da ist erstmal Fahren im Winter. Dann Schnee. Dann Wärme im Auto. Der Schmutz. Winterpannen. Und dann noch sonst so. Und wie immer zum Schluss mein Fazit. Fangen wir mal mit dem Fahren im Winter an. Das Wichtigste sind natürlich Winterreifen oder zumindest Alljahresreifen. Ohne die solltet ihr im Winter auf keinen Fall auf Tour gehen. Achtung. Auch Allwetterreifen benötigen seit letztem Jahr zwingend eine Schneeflocke als Prüfzeichen, um als Winterreifen zu gelten. Ohne könnt ihr Eiger bekommen. Spätestens bei einem Unfall mit eurer Versicherung. Auch im Süden sind Winterreifen auf Pflicht. Auch mitten in Italien oder in Südfrankreich gibt es viele Regionen, in denen ihr in den Wintermonaten nicht ohne unterwegs sein dürft. Die Strafen können ganz schön heftig sein. Die Pflicht ist keine Schikane, sondern schlicht notwendig. Denn auch im Süden wird es regelmäßig richtig Winter und das kann ganz schnell gehen. Und schon Ende September könnt ihr in den Alpen Schwierigkeiten bekommen, wenn ihr irgendwo an einem Pass steht und der erste Schnee kommt. Im Nu liegen da mal 30, 40 cm Neuschnee, wenn ihr morgens aufwacht. Wartet mit der Anschaffung oder mit dem Reifenwechsel aber nicht bis kurz vor eurem Trip. Selbst wenn ihr die Winterreifen schon habt, einen Termin für einen Reifenwechsel bekommt ihr im Spätherbst oft erst nach vier Wochen. Und denkt doch an die Profiltiefe. 3 mm sollten es möglichst noch sein. Die gesetzlich vorgeschriebenen 1,6 mm für Winterreifen erscheinen mir deutlich zu wenig. Meine Winterreifen kann ich euch übrigens nicht zeigen. Die sind noch eingelagert. Meinen Wechseltermin habe ich nämlich gerade erst für in vier Wochen vereinbart. Einen früheren Termin habe ich nicht bekommen. Ist aber nicht schlimm. Vorher fahren wir eh nicht los. Und ein paar Kilometer hier bei uns in der Gegend rum, da tun es die Sommerreifen auch mal. Ihr fahrt in die Berge oder in den hohen Norden, wo man sicher sein kann, dass es richtig Winter wird. Und selbst auf dem Weg nach Spanien unterschätzt nicht, was da an Schneemassen auf euch zukommen kann. Da kommt ihr um Schneeketten nicht herum. Zumindestens, solange ihr kein Allradfahrzeug habt. Und auch ein Allradfahrzeug hat irgendwo seine Grenzen. Das Thema Schneeketten ist aber beim Wohnmobil nicht ganz so einfach wie bei eurem Pkw. Fahrt ihr einen Ducato oder ein anderes typisches Basisfahrzeug mit Stahlfelgen und Serienbereifung und das Ding liegt unter 3,5 Tonnen, dann solltet ihr keine Probleme haben, schnell geeignete, gute Schneeketten zu finden. Achtet darauf, dass sich die Ketten einfach anlegen lassen. Und übt das vor eurer Tour nochmal. Im Schnee, in der Dämmerung, am Straßenrand wird es sonst schnell hektisch. Und sich da nochmal intensiv mit der Bedienungsanleitung zu beschäftigen, das klappt meistens nicht. Ich verlinke euch unten mal in der Videobeschreibung sehr gute Schneeketten eines renommierten Herstellers, mit denen ich sehr zufrieden bin. Wenn ihr Alufelgen oder Sonderbereifungen über 16 Zoll habt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Denn die Felgen müssen für Schneeketten überhaupt erstmal zugelassen sein. Die Ketten dürfen eure geliebten Alufelgen natürlich auch nicht verkratzen und euer Fahrzeug muss im Radkasten noch außenrum genug Platz haben für die zusätzlich montierten Schneeketten. Wenn ihr da nicht drauf achtet, dann ruiniert er euch die Kotflügel und im schlimmsten Fall noch die Mechanik von der Radaufhängung oder den Bremsen. Lasst euch in so einem Fall am besten vom Spezialisten beraten. Ein guter Reifenhändler oder auch die normale Autowerkstatt können hier meistens helfen. Denkt da am besten auch schon dran, wenn ihr euch solche Spezialbereifungen zulegt und fragt nach, ob ihr noch Schneeketten aufziehen könnt, wenn ihr denn eure schicken Alte Reifen montiert habt. Wenn euer Fahrzeug über dreieinhalb Tonnen zulässiges Gesamtgewicht hat, gibt es andere Einschränkungen. Denn viele der modernen und einfach zu montierenden Ketten sind nur bis dreieinhalb Tonnen zugelassen. Wenn ihr nur ein paar hundert Kilo über den dreieinhalb Tonnen seid, dann könnt ihr es auf eigenes Risiko wagen. Das ist zumindest meine Meinung. Die Ketten halten dann vielleicht nicht ganz so lange und vielleicht reißen sie sogar bei einer extremen Belastung. Das Risiko gehe ich ein und nutze mit meinem viereinhalb Tonner die unten verlinkten Ketten, obwohl sie nur bis dreieinhalb Tonnen zugelassen sind. Mir ist es wichtig, sie leicht montieren zu können. Mittlerweile bin ich 1,5 Kilometer bei Glatteis und Schnee mit den Ketten gefahren und bislang hatte ich noch kein Problem und auch die Ketten zeigen noch keinen Verschleiß. Zumindest erkenne ich da nichts. Ja, dann kommen wir zum Wischwasser. Ohne Scheibenwischwasser mit gutem Gefrierschutz geht im Winter gar nichts. Man braucht davon relativ große Mengen, da die weiße Schicht vom Tausalz auf der Scheibe oft alle zwei Minuten abgewischt werden muss, damit man noch was sieht. Und wenn die Straße feucht ist und ständig der Salzwassernebel auf die Frontscheibe spritzt, kann das stundenlang gehen und ihr spritzt euch innerhalb von zwei Stunden so einen 5-Liter-Tank auf die Frontscheibe. Das ist mir schon einmal passiert. Rechtzeitig schon Ende Sommer das Ganze einfüllen, ist für mich wichtig. Sonst ist da nämlich zu wenig Gefrierschutzmittel im Wischwassertank, weil ihr im Sommer Wischwasser ja da in der Regel nichts drin habt. Im Zweifel müsst ihr den Behälter halt mal 10 Minuten lang leer sprühen lassen, bevor ihr vor dem Winter Wischwasser mit Gefrierschutz einfüllt. Und Reserve sollte man eh immer mit dabei haben. Und achtet auf einen hohen Schutz. Mit einem Standardkanister für minus 10 Grad werdet ihr oft nicht glücklich. Im tiefen Winter mit Verdunstungskälte sind 25 Grad eher das Richtige. Etwas umständlicher, aber flexibler als die Fertigmischung, die ihr überall kaufen könnt, ist das Konzentrat mitzunehmen und es passend zu mischen. Wasser habt ihr ja im Frischwassertank fast immer mit dabei. Das Wischwasser bekommt ihr am besten im Baumarkt. Tankstellen sind meist sehr teuer. Oder ihr bestellt es unten über den Link. Dann kommen wir zur Herausforderung Schnee. Mit dem Pkw haben wir alle schon oft Schnee erlebt. Also gehe ich mal fest von aus. Da reicht dann in der Regel ein kleiner Eiskratzer und vielleicht noch ein kleiner Schneebesen, um das ganze Auto wieder freizukriegen. Mit einem großen Wohnmobil wird es deutlich aufwendiger. Ihr könnt ja nicht so schnell mal das Dach vom Schnee befreien oder den Schnee einfach oben drauf liegen lassen. Warum? Naja, wenn der Schnee langsam auftaut, riskiert ihr, dass das Schmelzwasser durch alle Lüftungsöffnungen ins Wohnmobil hineinläuft. Das staut sich nämlich gerne und bildet Seen auf dem Dach. Kritisch sind primär die Häkis- und Lüftungskamine. Auch wenn die deutlich über der Dachfläche liegen, können die schnell geflutet werden. Und wenn es antaut und dann wieder vereist, bekommt ihr das Eis so schnell gar nicht mehr runter. Die Dachhauben, zum Beispiel der Max-Fan-Dachlüfter, bekommt ihr dann übrigens definitiv nicht mehr auf. Aber da ist vor allem auch das Thema Dachlast vor. Auf einem Kastenwagen wird wohl eine Schneelast von 30-40 cm meist nicht viel ausmachen. Das ist ein sehr stabiles Blechdach mit deutlichen Blechverstärkungen. Und es ist relativ schmal. Das Auto ist schmaler und das Dach ist gewölbt. Da rutscht auch schon mal was nach unten. Aber ein klassisches Wohnmobil mit seinem normalen rechtegigen Aufbau hat eine riesige Dachfläche. Die ist 2,30 m breit und 6 bis 8 m lang. 15 bis 20 m² könnt ihr da schon rechnen. Ein Kubikmeter Pulverschnee wiegt ca. 100 kg. Ganz schön viel. Also das mit den 100 kg habe ich zumindest recherchiert. Bei 30 cm Neuschnee sind das 30 kg pro m². Insgesamt liegen dann 450 kg auf eurem Dach. Bei nassem Pappschnee reichen für dieses Gewicht schon 10 cm Schneehöhe. Da sind die Limits der Belastung nicht mehr weit oder schon überschritten. Also ob das Dach dann durchbricht, weiß ich nicht. Ausprobieren möchte ich das jedenfalls nicht. Ich überlege mir schon, ob es sinnvoll ist, ob ich mit meiner Figur auf das Auto steige und ich lasse das. Und ich wiege bestimmt keine 450 kg. Die Dachlast ist aber nicht alles. Überlegt mal, was da beim Fahren passiert, wenn ihr ganz oben eine halbe Tonne Zuladung in 3 m Höhe auf dem Dach habt. Das Wohnmobil kippt euch in der Kurve um. Oder kommt ins Schleudern. Der Schnee muss also immer möglichst runter. Und zwar möglichst bald. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ihr müsst dazu ja irgendwie an das Dach rankommen. Da so mit dem Arm über das Dach vom PKW wischen. Ja, es ist nicht. Durch die Dachluge von innen könnt ihr vergessen. Die geht dann nämlich erstens meistens gar nicht mehr auf, wenn so viel Schnee da drauf liegt. Und mal abgesehen davon, dass ihr von dort aus meist nur wenig gegen die Schneemassen ausrichten könnt. Da hilft nur eine Leiter. Ich habe mir dazu eine Teleskopleiter besorgt. 3,20 m oder 11 Stufen sollte sie mindestens haben, wenn euer Auto 3 m hoch ist. Ein bisschen höher, 2-3 Stufen mehr, ist besser. Die Dinger sind relativ leicht und dennoch stabil und passend zusammengeschoben. Bestimmt noch irgendwo hinein. Übrigens, gebt lieber ein paar Euro zusätzlich aufs und kauft euch eine mit einer Sicherung gegen Fingereinklemmen. Denn die Dinger ratschen einfach so in sich zusammen, wenn ihr die unterste Taste bedient. Die sind so gemacht, dass man da nicht viele Tasten drücken muss, sondern dass, wenn unten auf ist, die oberen nach und nach zusammenstürzen. Und ihr glaubt nicht, mit was für einer Geschwindigkeit diese Leiter in sich zusammenstürzt. Und da kann man sich böse verletzen, wenn man die Finger zwischen zwei Sprossen hat. Die Besseren haben da einen Mechanismus, der das verhindert und das so ein Stück weit abbremst. Aber auch da solltet ihr verdammt aufpassen, die Finger nicht dazwischen zu bekommen. Link zu so einer Leiter findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Damit ihr das Wohnmobil beim Anlegen der Leiter nicht verkratzt, empfehle ich noch einen Schutz zu basteln. Das geht ganz einfach. Im Baumarkt gibt es Isolationsschläuche aus Schaumstoff, die ihr ganz schnell passend für eure Leiter zugeschnitten bekommt und einfach auf die Holmer aufsteckt. Auch hier verlinke ich euch unten mal ein entsprechendes Produkt, aber einfacher findet ihr es im Bauhaus. Durchmesser außen 42 mm. Auch hier verlinke ich euch mal ein Produkt. Da könnt ihr zumindest mal sehen, was ihr euch bestellen müsst oder was ihr vielleicht im Baumarkt besorgt. Ich habe meine übrigens so zugeschnitten, dass sie über zwei Sprossenfelder reicht. Dazu muss man so eine kleine Einkerbung machen, damit die über die Sprosse drüber geht. Das hat dann den Vorteil, dass die Leiter nicht mehr so einfach über den Isolationsschlauch zur Seite rollen kann. Denn wenn ihr Pech habt, wirkt dieser Isolationsschlauch im Prinzip wie eine Rolle. Und wenn das Ding dann sich ein bisschen neigt, dann merkt ihr, wie einfach das dann an der Wand entgleitet. So, wenn ihr jetzt oben an das Dach herankommt, dann müsst ihr noch das Dach freischaufeln. Ich gehe dabei nicht nur wegen meines Gewichts nicht auf das Dach, sondern ich mache das von der Seite. Denn unter dem Schnee sehe ich nicht, wo ich auf dem Dach hintrete und mache da irgendwas kaputt. Und natürlich und vor allem bei dem Schnee rutscht man schnell mal aus. Wenn man dann unten am Boden angekommen ist, kann der Urlaub schon vorbei sein. Am einfachsten ist ein normaler, billiger Haushaltsbesen, mit dem ihr den Schnee herunterschieben könnt. Und idealerweise nehmt ihr den möglichst langen, ausziehbaren Teleskop-Besenstil. Der braucht weniger Platz und ihr habt eine größere Reichweite auf dem Dach. Auch dazu gibt es einen Link unten. Ich schiebe dann mit diesem Besen den Schnee einfach mit ein bisschen Kraft runter. Es liegt kein Schnee, ich kann es euch nicht zeigen. Es funktioniert gut. Pulverschnee ist total einfach. Es ist immer ein bisschen Arbeit, aber es geht einfach. Wenn da erstmal eine dicke Schicht Eis oder vereister Schnee auf dem Dach liegt, wird es übrigens lustiger. Zumindest gibt es dann ganz schön viel Arbeit. Also möglichst immer gleich den Schnee herunterholen, sobald der Schneefall nachlässt. Im Zweifelsfall müsst ihr irgendwie versuchen, diesen hart gefrorenen Schnee mit dem Besen klein zu schlagen. Ohne dass ihr das Auto und die Aufbauten beschädigt natürlich und dann einzeln die Brocken runterzukehren. Wenn mal richtig viel Schnee ist, aber auch wenn es einfach nur kalt ist, dann müsst ihr natürlich Eiskratzen an den Scheiben des Fahrerhauses. Ja, auch da ist es nicht so einfach wie beim PKW. Denn selbst ich mit meinen 1,93 Meter komme da mit einem normalen Eiskratzer, wie ich in meinem PKW habe, nicht weit. Die Scheibe ist nämlich viel zu hoch und viel zu breit. Man kann sich mit einem Fuß auf den Vorderrad stellen, aber auch dann ist es nicht einfach und ein bisschen akrobatisch ist es dann schon. Auch hier gibt es Abhilfe. Das sind lange Eiskratzer mit Schneebesen kombiniert. Die kann man so zusammenstecken. Ich verlinke euch mal einen unten. Da findet ihr auch noch einen Fensterreiniger, also so ein Ding mit Schwamm und Gummilippe, wie man es typischerweise an der Tankstelle findet, mit einem Teleskopstiel, den man ziemlich lang ausziehen kann. Den habe ich immer mit dabei und der hilft im Winter erst recht. Und den braucht ihr, weil nämlich die Scheibenmischer in der Regel zumindest oberhalb des Beifahrers eine riesige Fläche unbehandelt lassen. Die beiden Dinge eignen sich übrigens auch sehr gut, um die Solarpaneele auf dem Dach von Schnee und Eis zu befreien und dann nochmal ordentlich sauber zu machen. Denn gerade im Winter liefern die Solarzellen nur etwas, wenn sie sauber sind. Ihr ahnt bestimmt schon, dass es Links zu den Produkten in der Videobeschreibung gibt. Ja, dann gibt es natürlich noch Schnee rund ums Auto. Wenn ihr über Nacht auf einem Parkplatz gestanden habt, fährt morgens, wenn ihr Pech habt, ein Schneepflug vorbei und ihr befindet euch hinter einer 50 cm hohen Wand aus Schnee oder gar Eis. Das hatten wir mal auf einem Parkplatz einer norwegischen Autobahn erlebt. Auf dem hatten wir übernachtet, weil Abfahren von der Autobahn bei Schneestürmen keine wirklich gute Idee war. Ja, der Wall war 50 cm hoch und ich schätze mal einen guten Meter breit. Kein Rauskommen. Das habe ich jetzt gar nicht probiert. Da hat mir dann meine kleine Schneeschaufel zum ersten Mal einen richtig guten Dienst geleistet. Das Ding ist aus Alu, hat so einen kleinen Griff und ist natürlich nicht so effizient wie eine große Schneeschaufel, die ich zu Hause habe. Aber sie ist gut genug, um sich zur Not mal auszugraben. Geduld braucht es und Sport braucht ihr an dem Tag dann auch nicht mehr machen. Aber ihr kommt wieder raus. Halbe Stunde könnt ihr aber schon mal beschäftigt sein. Ich habe dazu übrigens noch einen Klappspaten, wenn da mal mehr Eis als Schnee ist. Der ist auch im Sommer nützlich. Bevor es jetzt weitergeht, erstmal etwas Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann drückt doch unten mal auf den Like-Knopf und am besten auch gleich noch auf den Abonnieren-Knopf. Dann verpasst ihr hier nichts mehr und helft beim Kanal, noch mehr Zuschauer zu erreichen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Isolation oder auch Wärme. Wenn es kalt wird, wird es im Wohnmobil, vor allem im Bereich der Fahrerkabine, oft ungemütlich. Die Fenster der Serienfahrzeuge sind null isoliert und auch normalerweise die großen Scheiben von den Vollintegrierten. Abhilfe schaffen hier Thermomatten für die Scheiben der Frontscheibe, die von außen auf die Scheiben gelegt werden. Darüber habe ich schon mal in einem Video gesprochen, in dem ich über die Winterereignung von Wohnmobilen und die Verbesserung der Dämmung gesprochen hatte. Das ist ganz bestimmt auch für euch jetzt spannend, wenn ihr im Winter los wollt. Ich verlinke es euch mal unten und ganz hinten am Ende des Videos. Bei den Thermomatten sollte man nicht sparen. Die Dinger müssen im kalten Winter nämlich einiges aushalten. Sie müssen gut passen, sie müssen satt auf den Scheiben aufliegen und auch bei Wind nicht einfach wegfliegen. Deshalb ist Gewicht gar nicht so ganz schlecht. Zusätzlich müssen sie sich aber auch leicht und schnell befestigen lassen, denn dieses Prozedere steht jeden Abend und jeden Morgen an. Für Kastenwagen empfiehlt sich zudem noch ein Thermoverhang für die zugeheckklappe. Die wird innen montiert. Wenn ihr dazu was wissen wollt, dann findet ihr auch das im gerade genannten Video mit dem Link da unten. Produkte hierzu verlinke ich euch wieder unten in der Videobeschreibung. Auch sehr hilfreich ist eine ganz normale Fußmatte im Fahrerhaus. In dieser Richtung gibt es nämlich keinerlei Isolation und die Matte ist zumindest mal ein erster Schritt. So eine Matte haben viele ohnehin. Falls nicht, ihr wisst, wo ihr den Link findet. Achtet auf das richtige Fahrzeugmodell, sonst passt das nicht. Wenn ihr einen Absorberkühlschrank habt, dann müsst ihr erstaunlicherweise dafür sorgen, dass es hinter dem Kühlschrank, also da wo die Lüftungsschlitze sind, zur Außenwand hin, nicht zu kalt wird im kalten Winter. Sonst funktioniert nämlich das Verdampfen des Kältemittels nicht mehr vernünftig. Die Hersteller fordern, dass bei Minustemperaturen die großen Belüftungsöffnungen auf der Außenseite abgedeckt bzw. verkleinert werden. Diese Abdeckungen gibt es in allen möglichen Größen und Farben im Handel, passend zum jeweiligen Modell. Ich selbst habe die Dinger, aber so ganz überzeugt hat mich ihr Einsatz bislang nicht. Denn bei mir zumindest wurde es hinter diesen Abdeckungen fürchterlich heiß. Da funktioniert ein Absorber natürlich auch nicht mehr. Und ob das dem ganzen Wohnmobil und Kühlschrank gut tut, weiß ich auch nicht. Ihr merkt, ich bin da nicht wirklich überzeugt, aber ich habe die Dinger dabei und mache sie drauf, wenn es mal ein Problem gibt. Ich habe auch im tiefsten Winter bislang ohne die Dinger gearbeitet und der Kühlschrank hat noch funktioniert. Aber das mag seine Limits haben und vielleicht habe ich einfach auch nur Glück. Wenn ihr da Erfahrungen mit diesen Absorber-Kühlschränken und den Abdeckungen habt oder euch mit den Dingern auskennt, dann schreibt mir was in die Kommentare dazu. Auch dazu gibt es wieder Links. Allerdings achtet darauf, dass ihr das richtige Gitter für euren Kühlschrank findet. Gut. Unterschiede Farben gibt es dabei auch noch. Und unverschämt teuer sind die Dinger auch in Relation dazu, dass das eigentlich ganz primitive Spritzgrußteile sind. Im Zweifel hilft euch euer Händler, die richtigen zu besorgen. Nun zur Herausforderung Winterschmutz im Auto. Im Winter schleppt man viel mehr Dreck von außen ins Wohnmobil als sonst. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Das ist matschig. Der Schnee und das Eis an den Schuhen ist selten weiß, sondern eher schmutzig grau und vielleicht sogar noch mit kleinen Kieselsteinen durchsetzt. Wir haben deswegen zum einen eine Gummimatte, die wir vor das Auto legen und an der man seine Schuhe vom kröpsten Dreck befreien kann. Die hat große Öffnungen. Da fällt der Dreck einfach durch. Kann man einmal kurz ausschütteln. Dann kommt die in die Heckgarage. Außerdem haben wir innen, in der Nähe vom Eingang, zwei relativ große Schmutzfangmatten liegen. Das sind die Teppiche, die man auch im Haus im Winter hinter die Eingangstür legt. Unten ist Gummi, oben ist Teppich. Die werden natürlich auch mit der Zeit schmutzig. Aber man kann die relativ einfach ausschütteln, relativ einfach absaugen und den festsitzenden Dreck nach dem Urlaub schnell auswaschen. Die brauchen dann zwei, drei, vier Tage, bis sie wieder trocken sind, aber danach sind sie fast wie neu. Das schützt den Boden und verhindert, dass sich der Schmutz im gesamten Fahrzeug verteilt. Um ein gelegentliches Reinigen des Bodens werdet ihr im Winter dennoch nicht herumkommen. Winterpannen. Im Winter kommt es schneller zu Pannen als im Sommer. Und gegen die beiden typischen Winterpannen gibt es preiswerte Abhilfe. Da ist zum einen das Abschleppsal. Im Sommer ist es gut, eins dabei zu haben. Im Winter, zumindest für mich, Pflicht. Wenn ihr mal ein paar Zentimeter in den Kraben gerutscht seid oder euch irgendwo festgefahren habt, dann kommt ihr ohne fremde Hilfe meist nicht mehr weiter. Ein hilfsbereiter Fahrer mit Allradauto oder ein kleiner LKW, der euch problemlos herausziehen kann und auch will, der findet sich meist recht schnell, gerade im Gebirge oder in Norwegen. Da hilft man sich gegenseitig. Aber ohne Abschleppsaal bringt die beste Hilfe nichts. Das sollte aber nicht irgendein Abschleppsaal sein, denn so ein Wohnmobil ist richtig schwer. Einige Tonnen Zuglass soll das schon aushalten. Link wie immer unten. Im Winter riskiert ihr aber auch schneller, dass eure Starterbatterie leer wird. Denn Kälte mögen die Dinger nicht, gerade wenn sie schon ein paar Jahre alt sind. Und wenn es euch nicht trifft, dann vielleicht euren Stellplatznachbarn. Und es ist ganz schön ärgerlich, wenn man irgendwo steht und der blöde Motor springt nicht mehr an. Man kann sich für hunderte von Euro einen Rapid von WCS einbauen lassen. Bestimmt ein tolles Teil. Der soll, wenn man dem Kollegen von WCS vertraut, in 5 bis 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, die Starterbatterie aus der Aufbaubatterie heraus so weit nachgeladen haben, dass man wieder starten kann. Viel einfacher, günstiger und flexibler ist es, wenn ihr ein Starthilfegerät dabei habt. Die Dinger sind dank moderner Akkus sehr klein und leicht. Also Größe irgendwie wie eine Keksdose und die wiegen vielleicht ein Kilo. Höchstens. Ein ordentliches, das auch einen schweren Dieselmotor zuverlässig startet, gibt es schon für 60 Euro. Gleichzeitig sind sie USB und 12 Volt Powerbank für den Notfall. Also, falls man eure Aufbaubatterie schlapp macht, habt ihr da zumindest noch ein bisschen Möglichkeit, Geräte bei euch zu betreiben. Falls ihr noch keines habt, ist euer Wintertrip der ideale Grund, sich eins zuzulegen. Das Ding ist nämlich im ganzen Jahr nützlich. Einfach im Motorraum an Plus und Minus anschließen, Knopf drücken und Motor starten. Das klappt garantiert. Ich bin immer noch verblüfft, wie einfach das geht. Der Pannendienst macht es übrigens ganz genauso. Also, den Link findet ihr, ihr wisst schon. Ein Video zu dem, was ich ansonsten so an Zeugs für Pannen und Notfalle dabei habe, gibt es bei mir auch. Den Link zu dem Video findet ihr da unten. Ja, und dann kommen wir zur Republik und sonst so. Es wird früh dunkel und die Winterabende sind lang. Im Sommer sitzt ihr oft lange draußen. Im Winter schauen wir ganz gern auch mal TV oder streamen ein Video. Wenn ihr da noch keine gute Lösung habt, dann verlinke ich euch ganz hinten im Video mal eine Playlist zum Thema Internet und TV im Wohnmobil. Es gibt zu diesem Thema einiges, was auch ein absoluter Laie schnell realisieren kann, um sich gemütliche Fernsehabende zu verschaffen, ohne ernsthaften Aufwand zu treiben und großes Know-how zu betreiben. Auch ohne Satzschlüssen und TV gibt es einfache Lösungen, wie ihr über einen Router, einen einfachen, billigen Router ohne große Einrichtung oder euer Smartphone am Fernsehgerät oder auch auf eurem Laptop, eurem Tablet, Filme und Live-Fernsehen streamen könnt. Ihr könnt natürlich auch Spiele spielen, Bücher mitnehmen oder sonst was machen. Aber da wisst ihr ja selbst, was ihr braucht. Und dann noch das Licht. Moderne Wohnmobile haben zwar imposante Beleuchtungskonzepte mit dimmbaren LED-Leuchten oben, links, rechts, Mitte und wo immer man sich das vorstellen kann. Aber trotz allem so richtig gemütlich bekommt man den Wohnraum damit nur selten. Abhilfe schaffen hier kleine LED-Leuchten. Auf dem Tisch steht bei uns eine LED-Leuchte, die man einfach auf eine Flasche aufsetzt. Das spart viel Platz. Die hat einen Akku, der über USB immer wieder mal geladen wird und der viele Stunden durchhält. Und die Farbe kann man einstellen und das Ding natürlich auch noch dimmen. Ich habe meine bei Markus von Fan4van im Shop gekauft. Zumindest zur Zeit gibt es sie dort leider nicht mehr. Sonst hätte ich euch das gerne verlinkt. Deshalb unten zwei Alternativen. Ihr wisst wo. Und natürlich finde ich zumindest so Lichterketten mit kleinen Lampions schön. Die kann man so entlang hängen und die machen es heimlich. Wenn ich da was finde, dann verlinke ich euch das unten auch. Die klemme ich an eine USB-Steckdose und wenn da keiner in der Nähe ist, dann einfach an irgendeine bliebige USB-Powerbank und hänge sie dort auf, wo es mir gerade gefällt. Die USB-Powerbank hält ewig. Die Dinger brauchen fast keinen Strom. Der nächste Punkt hilft euch bei Schnee und Eisklitte überhaupt aus dem Auto rauszukommen. Vor unserer Norwegen-Tour hat meine Frau über mich böse gelästert, weil ich uns Spike-Sohlen zum Überziehen für die Schuhe besorgt hatte. Das Geläste hat allerdings schlagartig aufgehört, als wir dann prompt gleich mehrfach in heftiges Glatteis geraten sind. Ohne diese Spike-Sohlen wäre ich nicht mal zum Vorderrad gelangt, ohne die Schneeketten drauf zu machen. Und an Spazierengehen ohne die Spikes war nichts zu denken. Wir hätten das Wohnmobil nicht verlassen können. Mit den Spikes nahezu problemlos. Und dann noch was. Schneeschuhe. Wenn es zum Skifahren geht, dann habt ihr eure Ausrüstung ja ganz bestimmt schon dabei und wisst, was ihr tagsüber macht und wie ihr euch bewegt. Falls ihr aber nicht Skifahrt. Im Winter machen Schneeschuhe verdammt viel Spaß. Gerade wenn ihr in Gegenden seid, wo die Gemeinde die Wanderwege für Touristen nicht räumt. In Norwegen gibt es das nämlich fast nirgends. Oder wenn ihr nicht nur mit allen anderen auf dem einen geräumten Weg hin und her gehen wollt. Ohne Schneeschuhe oder Ski könnt ihr nicht viel machen und ihr erlebt entsprechend wenig von der Natur. Denn ab 30 bis 40 Zentimeter Schnee kommt man da eigentlich nicht mehr ernsthaft vorwärts. 20 Zentimeter, das geht doch irgendwie. Und mit den Schneeschuhen lauft ihr einfach über den Schnee und ihr sinkt nur ein ganz bisschen ein. Das Schneeschuhlaufen ist super einfach, kann jeder und ist nach 200 Metern perfekt gelernt. Auch hier verlinke ich euch mal die Produkte, die wir dabei haben. Bei diesen Schneeschuhen sind übrigens im Paket auch Teleskop-Wanderstöcke dabei. Auf glatten Wegen sind die auch beim Spaziergern hilfreich oder auch beim Wandern natürlich. Kommen wir zu meinem kurzen Fazit. Mit dem Wohnmobil im tiefen Winter unterwegs zu sein, macht richtig Spaß. So richtig entspannend und vor allem auch sicher ist aber nur, wenn man sich und sein Fahrzeug gut vorbereitet und einiges Zusätzliche mit dabei hat. Teuer sind die Winterreifen. 800 Euro müsst ihr rechnen plus gegebenenfalls Felgen. Ihr könnt ja zwar sparen, wenn ihr auf Allwetterreifen mit dem Schneeflockensymbol setzt. Die sind zwar etwas schlechter im Schnee, dafür spart ihr euch viel Geld und den lästigen und auch teuren Radwechseln. Und mit den Schneeketten kommt ihr im Zweifel dann durch. Dafür sind aber die Allwetterreifen im Sommer schlechter und bestimmt bei 35 Grad in Italien recht suboptimal. Müsst ihr selbst überlegen, was für euch passt. Der Rest, den ich euch da aufgeführt habe, kostet auch nochmal einige hundert Euro. Das ist aber gut investiertes Geld. Vieles ist auch nicht nur im Winter nützlich. Natürlich braucht ihr nicht unbedingt alles zu kaufen. Ihr solltet nur einen Plan haben, wie ihr die auftretenden Probleme löst oder welche Themen für euch gar kein Problem sind. Wenn ihr nicht friert, wenn es kalt wird, braucht ihr vielleicht die Schutzmatte nicht. Jetzt aber zu euch. Was habt ihr denn noch dabei? Ganz bestimmt habe ich noch ein, zwei Dinge vergessen, die ich im Auto habe. Oder ihr habt noch weitere Dinge, ohne die ihr nicht in den Winter fahrt. Schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns hier auf eure konstruktiven Tipps. Wie schon versprochen, findet ihr nun hier meine Playlist mit Videos zum Thema TV und Internet. Und ihr findet hier mein Video, in dem ich erkläre, worauf ihr schon beim Kauf achten solltet, damit euer Wohnmobil überhaupt geeignet ist für Touren bei deutlich unter 0 Grad und ihr damit sicher und entspannt überhaupt in den Winter fahren könnt. Viel Spaß beim Schauen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Schauen Sie mal zum Ziel. Vielen Dank.